Heyo, der Mike's hier und willkommen zurück zu Terraria Calamity Mod Season 2 Wir machen jetzt Calamitas Ich hoffe, dass wir's hinhauen Hm, ich bin gespannt Erstmal alles an Buffs reinhauen, was geht und dann starten wir einfach mal Äh, ich benutze, äh, Cursed Bullets Damit er den Damage Debuff bekommt Wenn man sich so denkt, ach ja, die Lebensleiste geht ja extrem schnell runter So, wir versuchen mal die beiden Ads zuerst machen zu machen Bevor die mir über den Kopf wachsen Ja, ich kann die leider nicht outrunnen, schade Wär auch zu einfach gewesen, ne? Ja, ich glaub, so ist am einfachsten Natürlich nicht stehen bleiben, ne? Ist fatal Ich wechsle, glaub ich, mal auf Chlorophyll Ist ein bisschen safer Ja, jetzt haben wir die beiden Boys wieder am Start Wo ist denn der andere? Ist der schon kaputt? Oder ist der... hinten hängen geblieben? Oh nein, jetzt kommen die... kleinen Ads Ich habe den ganzen Tag Oh, ich mache überhaupt keinen Schaden mehr an denen, ne? Alles klar, wenn ihr die ganzen Viecher noch bei sich habt und ich die größtenteils nur treffe, dann wird das auch nichts. Ah, schade. Wollen wir so kurz vor Adrenalin? So, jetzt liegt der Bukuli wieder frei, nice. So, jetzt kommt der Bukuli wieder frei. Äh, beschwört der eigentlich auf 10% nochmal? Ne, ich glaube nur zweimal im Fall, ne? Ne, der beschwört nochmal. Boah, und da machen die auch noch so heftig Schaden, ey. Jetzt laufen die Buffs aus. Mies. Boah, jetzt muss ich genau hier in der Mitte bleiben, damit mich weder die Strahlen von Kalameters noch von dem Brudi von dem treffen. So, jetzt bist du aber am Arsch. Es sei denn, ich werde jetzt fünfmal hintereinander mies getroffen. Nice. Ach, ja. Hat auch funktioniert. Wir haben sogar alle Chlorophyt-Bullets weggeschossen. Deswegen habe ich hinterher nicht mehr so gut getroffen. Hm. Erklärt so einiges. Puh, das war ja knapp. War das mit meinem Leben los? Sollte das nicht eigentlich so um die... 400 sein? Hm. Naja, egal. Äh. Crusher, Crusher. Haben wir von... Wie heißt der? Catastrophe. Bekommen. Broken Hero Sword. Warte, haben wir hier. Oh, Lashes of Chaos. Yeah, mega nice. Void of Calamity. Ach, das ist so nice. Oh, Animosity haben wir auch bekommen. Sehr nice. Ja. Ist das nicht ein Rare Drop? Animosity. Nee, kriegen wir in Revengeance-Mode immer. In Chaos Dawn wäre nice gewesen. Aber, naja, was lese ich jetzt hier? Interessiert keinen. Dort haben wir alles. Aber war das mit meinem Leben los? War das mit diesem Leben? Oder ist das so? Ich hoffe, das ist nur ein Bug und der ist auch gleich wieder weg. Also, wenn ich das neu starte. So, daraus können wir doch was Nices machen. Void of Extinction. Die müsste ich sogar alle haben. Gehenna auf jeden Fall. Brauche ich für Amalgam. Ja. Aber das erst später. Erstmal raus hier, Junge. Äh, do I burn Sapphire rainstorm. Der Held, Lager, Elius, Lager, Burn, Damage. Das können wir aus der Usher nochmal machen. Das Siegel, das ist für Magic-User extrem nice. Aber ansonsten. Das wäre halt echt nice, wenn wir Caster spielen. Aber ansonsten. So gesehen ist jetzt nix, was ich so eben hier raus machen möchte. Aber wir können ja jetzt wieder in die, ähm, in den Abyss. Alter, wie ich geschrieben hab. Burning Sea. Was ist besser? Burning Sea oder die Lashes. Ich glaub, ich verhalte die Lashes. Und der Rest kann... Können wir eigentlich schon die niceen Schwerter machen? True Excalibur. Terrablade. Ja, das kommt ja später. Terra Edge. War das nicht so irgendwie? Terratomir. Axelblade. Ne, das mein ich nicht. Aber ich glaub, das ist der, der Baum. Ah, Arc of the Ancients. Genau. Außerdem dann hinterher Arc of Elements. Das wird nice. Nice, nice. Was hatte ich denn jetzt in meinem Inventar, was meine, ähm, mein Leben so halbiert hat. Kurios. Sehr kurios. Sehr kurios. So, ich brauch jetzt aber erstmal das hier. Lumethyl. Lumethyl. Was konnte ich nochmal machen? Ich glaub, ich konnte jetzt die ganzen... Ja, genau. Richtig. Neuer Miniboss. Die Death Cells kann ich farmen. Ja, genau. Und da mach ich dann die niceen Sachen aus. Cool. Was sagt der Tacho? Ja, das ist easy. Dann können wir ja mal eine Runde da diven. So, was haben wir hier auch? Lumethyl Lumelight, das hab ich noch nicht. Das könnte ich mir machen. Da verbrauche ich aber erstmal das Arctic Diving Gear. Da hab ich ja nix von. Boah. Ich heißt, geht's auch nicht. Kann ich mir noch nie mal craften. Tschüsch. Das hart. Das ist echt hart. Naja, wir haben ja... Ja, wo ist das jetzt? Wie heißt das und wo ist das? Ich bin ja recht blind. Da. Akkordic Emblem. Damit können wir ein bisschen boosten hier in der Bus. Iron Boots, die brauche ich für später. Für dieses Diving Gear. Aber kann ich natürlich noch nicht machen. Ich brauche erstmal wieder ein bisschen Iron. Das wäre halt schon nice, ne? Der Charme, ich glaube, den kriegt man, wenn man angelt. Aber wir gehen jetzt erstmal eine kleine Runde in den Abyss. Ist der Flamel, der ist doch gedroppt. Ja, nice. Was schießt der? Mensch, der Mensch. Ich habe eigentlich alles da. Ach, Havoc's Breath ist auch gedroppt. Nice. Das hat man so alles findet, ne? Die ist schon echt nice. Da kommt mir ein Eisklassbein gegen. Ich gehe kaputt. Da der hat echt drauf anlegt. Man muss nur treffen damit. Wie ich den einfach zerstört habe, ne? Uiuiui. Das kommt später auch noch. Ich fahre mir ja erstmal die Untergrundsachen zusammen. Das ist echt nicht nice. Ich dachte, das wäre nicer. Die guten alten Lashes of Chaos. Überall keine Munition für. Macht nix. Alles easy. So, dann werden wir mal ein paar Abyss-Monster auseinandernehmen. Zumindest so weit, wie wir kommen, ne? Gibt es auch Water Breathing? Nee. Eben nicht. Hätte ich mir vielleicht. Oder? Ja, doch. Provides Water Breathing. Danger Sense wäre natürlich auch nice gewesen. Aber hey, man kann nicht alles haben. Oh, nicht da drin stehen. Was auch immer mich geht. getroffen hat hier sind scheint von 1 jetzt kommt ein scheiß ohrfisch hier vorbei das hat sich ja richtig gelohnt da machst du ja nix obwohl ein paar sachen haben wir gekriegt oder absorber kann man den schon bauen aber wir brauchen für die sachen brauchen wir tenebres können wir das schon abbauen nach einer nur ich habe nur scheiße wieder das ist für später aber ich war mal ein bisschen da unten nicht meinen den bis hat er schon mal gesehen sorry leute ja ich fand mir ein bisschen zusammen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin euer mike z